das geht nicht was ist denn da los warum kann ich das ich kann keine ich kann kein holz brennen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play und zwar age of engineering ist ein neues modpack kann man über den twitch kanal über twitch runterladen und funktioniert über ford ihr braucht keinen extra launcher wobei das ist auch nicht richtig weil ihr müsst ja das über twitch machen erst mal hier oben auf den berg um zu gucken wo wir denn überhaupt sind und wie groß der berg was wir hier bauen ich sollte mir eigentlich in welcher entsetzen wo der sponpunkt war hier ist eigentlich hier ist eigentlich recht was mir nicht so gefällt sind die ganzen löcher da wasserlöcher und bäume hat eigentlich auch nicht so viele lange gab es kein minecraft aber wir gucken mal wo bin ich denn gespawnt ich glaube da unten weil wir haben so eine kleine idee mal wieder und wir würden gerne ich glaube hier bin ich gespawnt ja gucken wir mal map funktioniert nicht ähm display position for notification center center kommt man in die wo ich habe noch den falschen den falschen namen ich habe noch den falschen spielernamen muss ich mal nach dieser folge ändern ähm escape options ja darüber könnten wir reinkommen oh jetpack gibt es auch das ist cool ähm ja zum modpack open closed back inventory mal gucken aber das inventar liegt bei mir auf tab so wie es sein soll ähm ich weiß jetzt gar nicht wie man hier ok generell das buch ähm wie kriegen wir hier was was denn jetzt ich glaube b b ist es äh waypoint ähm spawn area sehr gut ok ähm also plan von diesem server ist der plan von dieser welt ist beziehungsweise das vorhaben ist dass wir wieder ein multiplayer server erstellen ähm wenn ihr da gute anbieter habt die nicht zu teuer sind oder vielleicht sogar kostenlos ähm dann schreibt es mal in die kommentare wir möchten wieder zusammen let's play also mcquistow wird dabei sein äh mcquistow 2051 ähm ich denke media wird auch dabei sein vielleicht auch unser shadowts der irgendwann mal dabei war ähm also wir möchten gucken dass so die alten leute die früher dabei waren auch jetzt wieder dann ein bisschen mitspielen das muss man aber noch ähm schauen und ich möchte hier einfach schon mal so ein bisschen naja welt vorbereiten ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt aber ähm ja ich möchte schon so hier mal den grundstein legen dass wir dann den server bauen deshalb ist die spawn area so wichtig dass ich weiß wenn später noch jemand joint ähm wo denn das ist so crafting station so ich hab jetzt kurz den gedanken dass wir uns ein paar zäune machen weil es hier so viele schafe hat so 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 jetzt sind alle wieder weg gegangen so ein kack ist ja blöd so 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 dann bin ich hier so 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 ich weiß nicht jetzt schon denken es wird ein ganz einfaches tiergehege wenn der jetzt nämlich hier rein läuft zack ist er gefangen mach mal den hier noch weg ich bin mir nicht sicher ob das so passt aber so können wir einfach die schabe da reinlaufen und die sind gefangen und wir können uns die dann zu nutze machen indem wir die scheren oder sonst irgendwas warum wir uns auch gleich kümmern sollten zum nahrungsmittel ich werde in der zweiten folge glaube ich noch ein bisschen mehr auf dieses mockback eingehen so hier ist sogar gleich eine höhle das ist cool ganz normal hier oder so wo ist unser crafting station ich mache uns jetzt mal eine billig ho und eine spitze weil den rest werden wir sowieso gleich über steine regeln ja und ich habe das modpack ganz ehrlich gesagt vielleicht 30 minuten 30 minuten angespielt ich glaube mehr ist es wirklich noch nicht und da schon coole sachen entdeckt ich will jetzt nicht vorweg greifen unsere ersten felder wir müssen uns auch um ein haus kümmern ich bin am überlegen ob ich da oben auf dem berg was bauen wäre natürlich schon cool ja folgenlänge bei mir wie immer ich probiere die 5 minuten damit es nicht zu lange wird so was wollte ich auch so ich wollte nach unten buddeln und zwar ich wollte mich ein bisschen beeilen aber es wird glaube ich schon dunkel ja hier ist achievement 1 achievement h h 0 weil wir einen stein aufgesammelt haben also das heißt der age of engineering das bedeutet du kannst dich in den leveln ich sag mal ich spoilere mal ein bisschen nein nicht spoilern aber ich verrate mal so eine so eine anlehnung glaube ich von diesem modpack und es ist einfach age of empires ich denke das spiel kennen einige von euch ich wollte eigentlich coole weil jetzt ist dunkel jetzt kommen bestimmt gleich die bösen bösen zombies ich hole jetzt noch kurz ein bisschen holz und dann müssen wir uns schnell in den ofen basteln und kohle brennen das geht nicht was ist denn da los warum kann ich das ich kann keine ich kann kein holz brennen oh kacke oh oh ok jetzt geht's los und das ist ziemlich kacke aber richtig weil gleich kommen die zumindest und die fragen ja nicht immer ob sie kommen dürfen da kommt schon einer habe ich zu ich hoffe mal das jetzt von da unten gar nicht so ich habe halt hier keine und es ist so dunkel du siehst überhaupt nicht die hand vor Augen wenn ich da jetzt nach unten falle dann bin ich weg essen habe ich natürlich auch nicht die haben ja sehr klug eingefädelt ich habe nur eine halbe Beule aber ich habe nicht die 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 Hier gibt es halt auch keine Kohle. Aber warum kann ich kein... Warum kann ich kein Holz verbrennen, um Kohle zu kriegen? Ist ja übel. Kohle. Tiny Kohle. Tiny Charcoal. Biocharcoal, äh, Bio-Cole. Hier, Charcoal. Charcoal, denke ich. Ofen. Furnace. Kann ich kein Akazienholz dazu benutzen? Das ist ja interessant. Akazie hier. Furnace. Extra Utilities. Aber den normalen Ofen kann ich dafür nicht nehmen, oder was? Das ist ja nur ein Furnace. Fürsitte nix. Das finde ich, Herr Hart. Das finde ich übel. Das ist ja gemein. Auch nicht. Wenn sie nichts dafür benutzen... Ich werde jetzt einen kurzen Gart machen. Ich werde mal hier den Namen tauschen. Weil ich hier anders heiße. Das ist ein Zombie. Ähm. Ist eigentlich eine coole Idee mit dem Crafting. Mit der Crafting Station. Kann mal rausgucken. Ähm. Wird den Namen tauschen. Und, äh, ja. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Alle so zwei Tage, denke ich. Schaff ich's. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bleibt dran. Abonniert mich. Oder lasst ein Like oder einen Kommentar da. Bis dahin. Ciao.